Mensch was machst du hier? Moin, ich habe dir was mitgebracht. Super. Kennst du ja, ich arbeite mit diesem Leim. Einmal rot, einmal blau, einmal express, wenn du schnell gehen musst. Einmal blau, wasserfest. Und hast du nicht Lust mit mir dort einen Leimhalter zu bauen? Auf jeden Fall. Erstmal danke für den Holzleim, kann man immer gebrauchen. Du meinst so einen Halter wie letztens für deine Schraubendreher? Ja, ich würde sagen einen roten für mich und einen orangefarbigen für dich. Super, lass uns loslegen. Das machen wir. Moin, moin. Ich will dein Assistent sein. Macht ja gut, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du bist ja gut. Ich habe People Munich. Ich habe viele Dür поставen. Die Dürfe und ich meine SchraubendreherARCH von mir befestigen, weil keindiesEN kann. Och ich genug schon. Ich habe viele drainsро und ganz einfacher. So ein Matthäusch. Das ist das2, der selle rauskultiere. Ich kann mich auch Luisa bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020